Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen und auch bereits schon sechsten Folge von Sunday Breakfast & Coffee Music. Ja, wie jeden Sonntag gibt es etwas Entspanntes, was man zum Frühstück so ein bisschen nebenherlaufen lassen kann und sich berieseln lassen kann. Gerade zur Vorweihnachtszeit ist man allgemein ja so ein bisschen besinnlicher gestimmt. Deshalb gibt es auch wieder schöne Strattklänge, die so ein bisschen dezenter sind und auch so ein bisschen an Weihnachten erinnern, wenn es auch nicht direkt ein Weihnachtssong ist. Auf jeden Fall viel Spaß damit und einen schönen dritten Advent und so langsam kommen wir auch schon zum Ende der Staffel, aber noch nicht heute. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Musik